Hallo, mein Name ist Mirko Schmidt. Ich möchte euch mal ein neues Projekt vorstellen. Playing Boys Card Game heißt es, ein Kartenspiel. Dafür habe ich zwölf Jungs und Männer fotografiert und per Bodypainting in Spielkarten verwandelt. Schaut es euch an, werdet Teil dieses Projektes, unterstützt mich auf kling.de, damit dieses Spiel auch in einer gedruckten Version erscheinen kann. Weitere Informationen über mich und das Projekt haltet ihr unter playingboyscardgame.de. Vielen Dank! Wir like playing in Carts. Wir like playing in Carts. Wir like playing in Carts. Wir hier sind mit Carts. Untertitelung des ZDF, 2020